servus ihr lieben und herzlich willkommen zu einer folge unravel wir sind ein klein wenig verzweifelt unterwegs nein 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 mit dieser blöden lampe hier das ist doch unfassbar okay pass auf jetzt mache ich das erst mal da fest nein eigentlich wollte ich mich nicht da festhalten komm hier da okay ich mal wieder da nämlich dich hier wo schritt für schritt so nein nein alter das war jetzt nicht warum kann ich das da oben jetzt nicht festmachen ist doch ist doch zum mäuse melken ist das zum verzweifeln das ging doch so gut so einmal hoch mit dir ah ja wunderbar ist da nichts passiert ist auch gut warum kann ich denn nicht mehr geht es noch was ist denn da vielleicht kann ich dir auch einfach nicht weg machen festmachen einfach nur beeilen ich glaube so ist es auch ich muss mich einfach nur beeilen oh no jetzt schon wieder aber wir rutschen eine erinnerung wie gruselig es immer ist wenn das tor von alleine zugeht oh gott sei dank jetzt fühle ich mich besser oh nee oh nee ganz schlechtes gefühl ganz schlechtes gefühl ganz schlechtes gefühl ganz schlechtes gefühl ich nehme mich jetzt aber trotzdem noch mit äh wie soll ich da rüber kommen kann mir das jemand sagen okay wenn sich einige wieder freuen weil ich wieder planschen gehe wieder so häufig planschen gehe alles auch wieder ich habe immer angst dass wieder eine wimpel kommt oh nein oh nein oh nein ich muss immer hin und her und hin und her glaube ich okay wollte ich weiter was größeres bin ich hier so ein bisschen äh hallo 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 da wird es Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Hätte funktionieren können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh, kleine Jani, frier nicht so, frier nicht so, alles gut. Äh, öh, ach Gott. Ich glaube, die Weißen sind eigentlich immer sehr interessant für uns. Oder auch nicht. Mann, das kann doch alles nicht so schwer sein. Kommen wir nicht mal hoch? Kommen wir nicht mal hoch? Kann ich mal wieder planschen gehen die ganze Zeit? Ich glaub's ja nicht. So, jetzt aber. Ah, um Gotts Willen geschafft. Um Gotts Willen geschafft. Jetzt kommt ne Windböe und ich lande wieder im Wasser wahrscheinlich. Mann, mir ist so kalt. Friere, ich friere. Ich friere. Ja, was sag ich? Oh, okay. Es ist so gut, sehr gut. Oh, ich bin ganz schwach. Bin ich denn hier jetzt? Da kein roter Jani mehr ist, ein weißer Jani. Oh nein, oh nein, es hat er. Was? Ich bin hier oder was? Oh, ja. Is this Andy? Wie schön ist das denn? Und traurig, schön. Wir haben mich mitgenommen. Ich glaube, wir bringen es zu Ende. Und wie komme ich jetzt da hoch? Nehmen sie das mit, oder nicht? Nehmen sie? Hm? Kann ich nicht? Nein, nein, nein. Ok, Lidouk. Ah! Aha! Das ist sehr interessant. Juhu! Oh, oh, oh. Jetzt hätte ich wieder fast alles kaputt gemacht. Oh, das gefällt mir aber. Oh! Oh! Das ist ja voll cool. Juhu! Juhu! Gern nicht fliege. Ich glaube, ich bleibe auch ein bisschen auf dem Boden. Oh! Das ist ein Zeppich. Oh, total toll! Juhu! Zapp! Ich glaube, ich kann mir echt... Warte mal. Wie hoch kann ich denn da fliegen mit denen? Ne, ich will doch nicht zurück. Hm. Sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Na gut, da sind wir jetzt, glaube ich, im Garten angekommen. Oh, wie schön. Da würde ich jetzt gerne den Grill anschmeißen. Nochmal aufgetankt. Wie die den Klee gemacht haben. Faszination Natur. Faszination Natur. Na? Oh, wie schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Huch. Hoppala. Wollte wohl jemand sagen, mach schon. Hm. Ich hätte ihn geknuddelt. Liebe verbindet wie ein Garnfaden. Genau wie Garn... Was? Nein. Genau wie Garn können diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich um sie kümmert, können sie jede Distanz überwinden. Warum? Da haben sie recht. Da haben sie recht. Danke, dass du Unravel gespielt hast. Hammer. Also das lese ich jetzt natürlich nicht alles vor. Wer lives dabei war. Ich klick das jetzt einfach mal so durch. Oh, ein Foto. Das ist ja cool. Also sowas mag ich immer gern. Oh, geil. Und der Jani da unten auch noch. War schön. Sehr schön. Ich fand, diese mega gute Idee bringt mich ganz zueinander. Das ist ja echt cool. Super süßes Spiel. Extrem schöne Grafik. Also es hat mich sehr gefreut auch immer so verschiedene Ebenen zu haben. Also an Bäumen herum klettern oder jetzt oder Wasser. Und jetzt auch im Schnee und so. Echt spannend. Manche Sachen fand ich jetzt schon ein bisschen knifflig. Aber trotzdem total cool. Ich bin so froh und habe mich auch sehr gefreut auf dieses Spiel. Es eigentlich spielen zu dürfen. Ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt eigentlich vorbei ist. So ein klein wenig. Ein klein wenig. Aber es starten ja auch wieder neue Projekte bei mir. Und vielleicht wollt ihr da auch nochmal vorbeischauen auf meinem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr dabei wart bei Unravel. Und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar und einen Daumen da lasst. Ich klicke jetzt noch durch. Durch die Bildergalerie. Und dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020